Na, Leute zusammen, mich hier ist Rüdeutschler und schon bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal alle Mounts aus Patch 8.3 zeigen. Das sind insgesamt 26 Stück und ich würde sagen, wir schauen hier auf dem PTR gleich mal rein, was es so Neues gibt. Als allererstes zeige ich euch hier den Robo-Schreiter von Mechagon. Den bekommen wir, wenn wir uns einen Mechagnom erstellen. Das heißt, ihr bastelt den auf Stufe 20 und dann kriegt ihr direkt dieses Mount. Und natürlich müsst ihr vorher die Mechagnome freischalten. Wie das geht, werde ich dann dementsprechend nochmal ein eigenes Video basteln. Das Hornpandor dazu ist natürlich dann das Mount von den Volpera und das schimpft sich Karawanehygiene. Und das bekommt ihr auch, wenn ihr euch quasi einen Volpera erstellt, gleich mit Level 20. Wenn ihr einloggt, habt ihr dann diese schicke Hygiene. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ja, dieser Aufbau, wo man dann quasi drin hockt, das wackelt hier so ein bisschen komisch. Und die Hygiene sieht auch vom Laufspeed ein bisschen auf Crack aus. Aber auf jeden Fall ein schickes neues Mount. Und dafür müsst ihr nicht viel tun, außer euch hier quasi den Volpera erstellen. Dann schauen wir uns als nächstes die Mounts an, die wir über Quests bekommen können. Und zwar haben wir einmal hier die unverderbte Leernschwinge. Und dieses Mount bekommen wir über die Quest Verlorener Schwarm. Und diese droppt wiederum von Enzot auf den Schwierigkeitsgrad Heroisch. Enzot ist der Endboss des neuen Raids quasi. Und dementsprechend müsst ihr den umhauen, bevor Shadowlands released wird, auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad. Und dann habt ihr quasi Saved. Das Mount bekommt dann, so wie ich das verstanden habe, jeder auch im Raid. Und dementsprechend ist es das gleiche wie schon die letzten Expansions. Immer der Endboss von der Expansion hat dann nochmal ein extra Mount, wenn man ihn dann tötet, bevor die nächste Expansion erscheint. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Mount. Und eins der schönsten, wie ich finde, die es mit 8.3 neu gibt. Das nächste Mount, was wir haben, ist die Schattendrohne. Und die bekommen wir ebenfalls über eine Quest. Und zwar schimpft sich die nicht ohne meine Drohne. Und die finden wir in Uldum. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, sowohl im Tal der ewigen Blüten als auch in Uldum, gibt es dann dementsprechend Inversionen. Das sind verschiedene, glaube ich, in beiden Zonen sind es drei verschiedene Inversionen. Und in einer von diesen Inversionen kann man quasi ein Ei looten in Uldum. Und das beginnt diese Questreihe. Hier ist es dann so, dass wir dieses Mount einmal hochpäppeln müssen über Dailies. Und das dauert, soweit ich das schon gesehen hatte, etwa einen Monat, wo man dann dieses Ei erstmal zum Schlüpfen bringen muss. Und dann quasi das kleine Etwas, nenne ich es jetzt mal, aufpäppeln muss, bis man dann schlussendlich dieses Mount hat. Dieses Drohnenmount gibt es auch nochmal in zwei anderen Farben. Hier haben wir jetzt die Variante, wo quasi der Panzer so lila-bläulich ist und der Rest rötlich. Ist auf jeden Fall ein schickes Ding. Das wird aber tatsächlich ein bisschen dauern, bis man das Mount hat. Das nächste Monat, was wir uns angucken wollen, ist das Frühlingsfellalpaka. Und dieses können wir uns auch in Uldum erspielen. Dabei müssen wir die Quest abschließen, wir Alpakern es dann mal. Lustiges Wortspiel an der Stelle. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir haben ein Alpaka, das an verschiedenen Spawnpunkten in ganz Uldum spawnen kann, während den Invasionen. Und hier ist es so, dass wir diesem Alpaka so ein Kraut füttern müssen. Und dieses Kraut bekommen wir auch in Uldum an Wasserstellen. Können wir das einfach looten. Wir müssen dieses Alpaka suchen, das füttern. Und dann, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, kriegen wir quasi dieses Mount. Übrigens, dieses Alpaka-Modell gibt es noch zwei andere Mal über andere Aktivitäten. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Dann kommen wir als nächstes zu den Mounts, die wir uns von Händlern kaufen können. Und das allererste, was ich euch zeigen will, ist auch eines der schicksten. Und zwar die Kriegsschlange der Rayani. Und diese können wir uns über eine Schuppe von einem Händler namens Zang Kuh im Tal der Ewigen Blüten kaufen. Und zwar schimpft sich diese Schuppe. Magdlose Wolken, Schlangenschuppe. Und wie wir die hier bekommen, ist noch nicht so hundertprozentig rausgefunden. Es wird vermutet, dass sie wahrscheinlich irgendwo im Tal der Ewigen Blüten droppen muss. Vielleicht bei einem Rare, vielleicht einfach einen Zonendrop. Und ja, mal gucken, was die Zeit bringt, ob man das dann bald nach Start vom Patch rausfinden wird. Und das nächste Mount ist der Himmelsstrecken der Wüstenwanderer. Und diesen schicken Geier bekommen wir von einer Ruf-Fraktion. Und zwar kriegen wir die vom Abkommen von Uldum. Und da müssen wir einfach die Fraktion auf ehrfürchtig bringen. Müssen ein wenig Gold mitbringen. Es sind jetzt hier 24.000, was dran steht. Es wird ein bisschen weniger sein, weil wir ja dann eine Ermäßigung kriegen, wenn wir natürlich den Ruf haben. Und hier ist es einfach so, dass wir die Aktivitäten in Uldum abschließen müssen. Heißt, wenn die Inversionen sind, einfach diese Wordquests bzw. Dailies abschließen. Man bekommt Ruf und am Ende kann man sich diesen schicken Geier hier kaufen. Und zwar bei Versorgerin Quora in Uldum. Dann kommen wir zum nächsten Mount und zwar zum goldbraunen Nachtsäbler. Und diesen können wir uns bei zwei verschiedenen NPCs holen. Einmal als Allianzler im Tiragadesund bei Versorgerin Starkschmied. Und als Hordler in Zuldersaar bei Versorgerin Mukra. Und das kostet uns einfach die altbekannten Dienstmedaillen der ehrengebundenen bzw. Dienstmedaillen der 7. Legion. Und die könnt ihr euch quasi jetzt auch schon vor Patch 8.3 farmen. Kostenpunkt sind es 350 Abzeichen. Heißt nicht so viel. Zum Glück habe ich die noch rumliegen. Sprich, das wird mein erstes Mount aus Patch 8.3 sein. Das nächste Mount ist dann der bösartige Schwärmer. Und ihr seht schon, hier haben wir nochmal so einen selektiven Mount. Das ist jetzt das zweite. Hier ist es genau andersrum. Der Panzer ist quasi hier im Rot gehalten. Und der Rest ist quasi in diesem Lila. Beim anderen Mount war es jetzt genau andersrum. Und wo bekommen wir das her? Das bekommen wir auch von einem Verkäufer von Furion in der Herzkammer. Und dort kostet es verdammt viele Münzen. Und zwar sind, ich glaube, 100.000 von Corrupted Momento. Und wo bekommen wir die her? Diese Vision of Entsod, die wir abschließen können, auch in der Herzkammer. Also sprich, sowohl SW als auch OG, was ihr abschließen könnt. Könnt ihr verschiedene Bosse töten, verschiedene Aktivitäten da drin begehen quasi. Und dadurch bekommt ihr am Ende dann einen Haufen von diesen Corrupted Momento. Beziehungsweise, ich glaube, die Mobs droppen auch ein wenig davon. Diese Währung braucht ihr für viele andere Geschichten. Unter anderem könnt ihr am Ende auch Sockel kaufen für euer Gear. Beziehungsweise, ihr braucht das für einige Upgrades von eurem Umhang. Heißt, bei dem Mount müsst ihr ein bisschen warten, bis ihr vielleicht erstmal euren Scharvordermann bringt. Und dann extrem viele von diesen Münzen habt, um dementsprechend das Mount zu kaufen. Man bekommt auch mehr Münzen, wenn man diese Masken noch einsetzt. Beziehungsweise mehr Bosse in diesen Vision of Entsod tötet. Und dementsprechend wird man später im Patch wesentlich einfacher mehr bekommen als am Anfang. Heißt, das ist vielleicht eher ein Mount, was man sich dann nicht gleich am Anfang holt, sondern ein bisschen später. Außer man sagt, okay, mit einem Schar progresse ich jetzt nur für das Mount und mit dem anderen gehe ich vielleicht. Oder man hat es vom Gieren eh nicht so und will lieber gleich sich das Mount holen. Als nächstes gucken wir uns dann die Mounts an, die wir von Rare Mobs bekommen können. Und zwar gibt es da sowohl die Rares einmal in Uldum, als auch die Rares im Tal der Ewigen Blüten. Und zwar sind da ja die Invasionen. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass es nicht eine Invasion in Uldum und eine Invasion im Tal der Ewigen Blüten gibt. Sondern es gibt sowohl im Tal als auch in Uldum jeweils drei verschiedene Invasionen. Diese drei verschiedene Invasionen finden sowohl an verschiedenen Punkten in den einzelnen Gebieten statt, als auch, dass sie verschiedene Mobs haben und dementsprechend auch verschiedene Rares. Heißt, wenn eine Invasion in Uldum ist, müssen nicht zwangsläufig alle Rares da sein, die die Mounts droppen, sondern es können halt nur bestimmte da sein, die für diese Invasionen da sind. Das solltet ihr so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dementsprechend müsst ihr da auch ein bisschen gucken, welche Rares gerade ab sind. So, als erstes haben wir jetzt das Mount bösartige Drohne. Und diese droppt in Uldum von dem Raermob Leichenfresser. Und das ist jetzt auch die letzte Drohne, die ich euch noch zeigen kann. Und dementsprechend ist die auch farblich ein bisschen anders als die anderen beiden. Hier haben wir jetzt so einen, ja, bräunlich-gräulichen Panzer. Und ja, der Rest ist eher so ein bisschen rötlich. Die Flügel teilweise, ja, ein bisschen grünlich, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall ein schickes Ding. Wobei ich die Lila mit dem lilanen Panzer fast am besten finde, muss ich gestehen. Das nächste Mount ist dann hier Xenlao. Den bekommen wir von Andi der Loyale. Und zwar aus dem Tal der Ewigen Blüten. Und das ist quasi ein schicker Quielen. Auch wieder ein Recolor an der Stelle. Den kennen wir ja von den Inseln, beziehungsweise von der Collector's Edition von Mist of Pandaria. Da gab es, glaube ich, auch einen Quielen-Mount. Und ja, ist auf jeden Fall ein nettes Mount mehr in der Sammlung. Als nächstes haben wir dann das Mount Postmampfer. Und den bekommen wir aus der verströmenden Vision vom selbigen Mob, auch vom Postmampfer. Den müssen wir da umboxen, um dementsprechend hier dieses schicke Schlangen-Mount zu bekommen. Von der Art gibt es dann auch noch ein paar mehr. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Das nächste Mount ist dann hier der Wüstmaradeur. Und den bekommen wir von Folgnisverschlinger in Uldum. Und ja, es ist quasi auch wieder ein Gaia. Wir hatten ja vorhin bei der Rufbelohnung schon einen Gaia. Der ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Und ja, mal gucken, wie viel Drop-Chance das Mount hier haben wird. Dann haben wir noch den Drachen der Vier Winde. Und den bekommen wir von Ischak von den Vier Winden. Das ist auch ein Mount, was wir in Uldum unterspielen können. Und hier weiß ich schon, dass dieser Ischak anscheinend immer da ist, wenn eine Invasion am Start ist. Also heißt unabhängig, welche von den drei Invasionen in Uldum stattfindet, der ist immer da. Und der ist auch oben bei den Dungeons anzufinden. Da habe ich ihn schon gesehen. Den wird man aber wahrscheinlich eine Gruppe für brauchen, weil er doch relativ einen großen Life-Pool hat. Als nächstes haben wir dann Rens tapferer Jagdhund. Und den bekommen wir auch im Tal der Ewigen Blüten. Und zwar von Hundemeister Renn. Es ist auch hier wieder ein schickes Quillen-Mount. Wieder ein bisschen anders von den Farben. Aber sonst nichts Besonderes tatsächlich. Das nächste Mount ist dann hier Kralle von Halli. Und diese bekommen wir von Halli, einem Rammop im Tal der Ewigen Blüten. Und ihr seht schon hier, Mount Farmer werden das Model kennen. Das ist quasi das Model von Chingun. Bloß hier ein bisschen dunkleren Farben gehalten. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und da es nur ein anderes Mount gibt, das dasselbe Model hat, ist es mal auf jeden Fall eine ganz nette Idee von Blizzard, sowas einzufügen. Dann kommen wir zum nächsten Mount, und zwar zu Molly. Und hier haben wir eine kleine Besonderheit. Dieses Mount droppt von Dünenverschlinger Kraulok. Und das ist der World Boss, den wir schon seit Anfang BFA kennen, in Voldum, dieser Skelett-Dino. Und hier ist natürlich jetzt eine kleine Problematik. Erstmal, wir haben einen World Boss. World Bosse kann man einmal die Woche nur looten pro Char. Da wird das Mount schon selten. Das Problem ist, der World Boss in BFA, also die ersten World Bosse, die lagen alle auf einer Rota von x World Bossen. Heißt, die eine Woche ist der da, die andere Woche ist der nächste da und so weiter. Es kann halt sein, dass, wenn diese Rota beibehalten wird, dieses Mount nur alle x Wochen einmal besorgbar ist, da man diesen World Boss dann nur umhauen kann. Wenn die Drop Chance jetzt auch noch low ist, dann kann das eine beschissenere Sache als der Char des Thorns werden. Wir wollen es mal nicht hoffen. Ich habe es auf dem PTR noch nicht testen können, wie hoch da die Drop Chance ist. Ich schätze mal, sie wird jetzt nicht allzu hoch sein. Lasst uns einfach mal hoffen, dass sie nicht 1% oder drunter ist, weil sonst wird es eine sehr lange, lange Angelegenheit, sich dieses Mount zu erfahren. Da bin ich nicht so ganz happy, dass sie es auf einen World Boss gelegt haben. Aber gut, da kann man leider jetzt an der Stelle nichts machen. Dann kommen wir zum nächsten Mount, was ein bisschen besonderer ist, und zwar die Elfenbeine-Wolkenschlange. Ihr seht schon, das ist eine komplett weiße Wolkenschlange. Sieht soweit ganz cool aus. Wie man sie bekommt, ist ein bisschen tricky. Und zwar, es gibt eine Wolkenschlange, die ums komplette Gebiet, also Tal der ewigen Blüten, fliegt. Heißt, es müsste auch relativ egal sein, welche Invasion gerade im Tal aktiv ist. Man dürfte sie immer fangen können. Dazu, um sie zu fangen, braucht man aber leider wiederum ein Lasso. Dieses Lasso kann von allen Mobs random in Tal der ewigen Blüten droppen, also von den ganzen Invasionsmobs dementsprechend. Die Drop-Chance ist relativ gering. Und wenn man das Lasso hat, muss man quasi diese Wolkenschlange suchen und sie fangen. Das Problem ist, es kann nur ein Spieler diese Wolkenschlange fangen, dann ist sie nämlich weg. Wie lang der Respawn-Timer ist, I don't know. Wahrscheinlich lange. Und das Lasso droppt halt relativ schlecht. Dementsprechend hat man da zwei Variablen und da werden sich wahrscheinlich einige Leute drum prügeln, wenn sie dann das Lasso haben, diese Wolkenschlange zu fangen. Ich denke mal, am Anfang wird sie relativ rar sein und später irgendwann, wenn die meisten Leute sie haben, dann wird man wahrscheinlich sehr öfter antreffen können. Dann haben wir das nächste Mount und zwar Schlüpfriges Fink-Hoof heißt das. Und das ist das letzte Alpaka, was wir jetzt hier in der Liste haben. Diesmal eine, ja, ein bisschen dunkelgräulich-schwarze Version. Sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Und dieses können wir diesmal in Voldum uns holen. Also sprich nicht in Uldum, sondern in Voldum. Und hier ist es so, dass wir es relativ einfach bekommen. Dieses Alpaka spawnt einfach an Random-Positionen in der ganzen Zone. Und wenn es da ist, können wir es quasi mitnehmen. Wir brauchen bloß eine Materialie und dann haben wir quasi direkt das Mount. Und zwar ist das gemischtes grünes Küstenblatt-Gemüse, schimpft sich das. Und diese Materialie bekommen wir von allen möglichen gemischtmaren Händlern in sowohl Kultiras als auch in Zandala. Sprich einfach das mitnehmen, Voldum ein bisschen abfliegen und wenn ihr es findet, ja, verfüttert eben dieses Küstenblatt-Gemüse und dann habt ihr euer Mount. Und das dürfte relativ einfach sein. Zehn Minuten bleibt es anscheinend auf den jeweiligen Spawn-Punkten. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie oft es spawnt, ob das jetzt sonderlich rare ist oder nicht, muss man dann gucken, wenn der Patch quasi live ist. Dann kommen wir als nächstes zu Mounts, die wir von Dungeon und Raids bekommen. Und das erste, was ich euch zeigen will, ist der erweckte Gedankenbohrer. Den bekommen wir über den Erfolg Schlüsselmeister von Battle for Azeroth Season 4. Und was müsst ihr dafür tun? Naja, ihr müsst halt alle Dungeons, also alle Mythic-Plus-Dungeons, auf 15 in-Time abschließen. Dann bekommt ihr das Mount. Wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden. Und ich schätze mal, da wird sich der ein oder andere Seller eine goldene Nase verdienen. Denn sehr viele Leute haben jetzt natürlich eine Motivation, Mythic-Plus-15 in-Time-Keys zu machen. Und nicht jeder ist da, denke ich mal, in der Lage zu, das zu absolvieren. Dementsprechend wird wahrscheinlich M-Plus ein bisschen größeren Anlauf finden, diese Season. Und ja, ich freue mich, ein paar Keys zu machen und mir das Mount quasi erspielen zu können. Vielleicht kann ich noch das eine oder andere Gold auch mit verdienen. Und man muss mal abwarten, wie schwierig diese Season quasi die Affixe sind, um quasi das Mount erspielen zu können. Das nächste Mount ist auch wieder so ein Parasit. Und zwar Zuckender Parasit heißt es diesmal. Und das bekommen wir von einem Achievement, Ruhm des Schlachtzyklers von Yalotha. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ihr müsst halt in den neuen Raid gehen und die ganzen Achievements machen. Dann bekommt ihr hier diesen schicken Wurm. Der ist jetzt wieder farblich ein bisschen anders. Und zwar haben wir hier Weiß-Lila. Der letzte war ja ein bisschen rötlicher gehalten. Und das ist dann auch der letzte von den drei Gedankenwürmern, die wir uns quasi im Patch 8.3 erspielen können. Dann kommen wir wohl zu einem der schwierigsten Mounts, die wir uns im neuen Patch holen können. Und zwar Allseher von Yalotha. Und was müssen wir dazu großartig tun? Wir müssen einfach den Endboss, also Endsort, im mythischen Schwierigkeitsgrad umhauen. Eigentlich muss man sagen, ist das Model jetzt nicht sonderlich besonders. Es ist einfach ein Quallenmodel mit ein bisschen mehr Augen dran. Aber ich muss sagen, es sieht trotzdem ziemlich cool aus. Und ich will unbedingt das Mount haben. Das wird wahrscheinlich 100% sein, bis dementsprechend der Pre-Patch zu Shadowlands rauskommt. Also sprich, für die Leute, die im Mythic Raid unterwegs sind, ist es auf jeden Fall ein Anreiz, den möglichst zeitnah abzuschließen, dass möglichst viele Leute aus dem Raid auch das Mount bekommen. Dann habe ich doch noch einen von diesen Gedankenwürmern vergessen. Und zwar gibt es da natürlich vier Stück und nicht nur drei. Wir haben nämlich noch Endsorts Schwarze Schlange. Und da muss ich fast sagen, die ist fast die... Ja doch, ich finde das ist die coolste von den vier Stück. Die bekommt man nämlich durch einen Erfolg. Der schimpft sich durch die Tiefen der Visionen. Und dafür müssen wir dementsprechend einfach alle Unterachievements abschließen, die es dementsprechend in den Visions of Entsort gibt. Heißt, da gibt es einiges zu tun. Und dann kriegen wir diese schicke Schlange hier. Als nächstes gucken wir uns dann noch die neuen PvP-Mounts an. Und da gibt es auch wieder ein bisschen was für die PvP-Spieler zu tun. Einmal hier als Hordler bekommen wir das boshafte weiße Knochenrost. Das ist dieses schicke Mount hier. Dieses Mount gab es schon als PvP-Mount. Und hat relativ coole Details, muss ich sagen. Finde ich eines der cooleren PvP-Mounts auf jeden Fall. Und jetzt gibt es nochmal ein Recolor in komplett weiß gehalten. Auch mit weißen Flammen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und das gibt es quasi in der vierten PvP-Season in BFA für Hordenspieler. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach auf einem Rating von 1400 Games gewinnen. Einen Balken füllen, wie schon in den letzten Seasons. Und dann habt ihr dementsprechend dieses schicke Mount. Und das geht sowohl im 2 vs. 2, 3 vs. 3, als auch im RBG. Dann kommen wir noch zum Allianz PvP-Mount. Und hier seht ihr, haben wir auch wieder einen Recolor. Da schimpft sich boshafter weißer Kriegssäbler. Und es ist auch hier so, dass wir einfach auf 1400er Rating Plus spielen müssen. Und dementsprechend dann uns den Balken füllen können. Dann kriegen wir quasi dieses schicke Allianz-Mount hier. Und ich muss sagen, auch das hat natürlich sehr feine Details. Ich fand das ursprüngliche Mount schon relativ cool. Und jetzt haben wir es nochmal komplett in weiß. Wobei ich muss gestehen, diesmal finde ich die Horden-Alternative fast ein Stück besser als die von der Allianz. Dann kommen wir zum letzten Mount. Und zwar ist das leider nicht im PTR Mount Journal mit drin. Weil die Gladiator-Mounts leider immer nicht sichtbar sind. Oder Gott sei Dank für uns Mount-Farmer. Und dementsprechend zeige ich euch jetzt hier so ein Bild von. Das ist nämlich das Gladiator-Mount Protodrache des verderbten Gladiators. Dieses können wir uns dann in der vierten PvP-Season erspielen. Und dafür müssen wir, wie auch die letzten Season, schon auf ein 2400er-Rating kommen. Und dann auf diesem Rating noch 50 Games gewinnen. Sobald wir das gemacht haben, kriegen wir das Mount. Und dementsprechend sind wir durch mit der kompletten Liste. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, welche Mounts ihr am coolsten findet. Welche ihr euch als erstes erfahren wollt. Und als kleine Randinformation, natürlich werde ich nochmal ausführliche Guide-Videos zu den einzelnen Mounts erstellen. Das war jetzt tatsächlich nur ein kleiner Überblick. Dass man schon mal so schauen kann, wo die Reise hingeht. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Patch 8.3. Und dann sehen wir uns vielleicht im Stream oder im nächsten Video. Euer Tela. Bis dann. Ciao.